Hi und Hallo, ich bin der Flo und heute geht es um die Kommentarfunktion. Aber vorher möchte ich dir das Camp zeigen. Das ist quasi die Basisstation der Expedition. Hier kannst du allgemeine Fragen stellen, Feedback zur Website geben und wir veröffentlichen hier auch immer wieder Neuerungen und Infos zur Plattform. Themenspezifische Kommentare kannst du allerdings direkt auf der Seite eines Themengebiets hinterlassen. Es gibt nämlich auf fast jeder Seite, egal ob Themengebiet, Aktionen oder Initiatoren und Initiatoren, die Möglichkeit zu kommentieren. Zum Beispiel beim Thema Haltung. Hier ganz unten findest du immer die Kommentare. Du kannst ganz klassisch etwas schreiben, aber auch Bilder, Videos und Audiodateien hochladen. Selbstverständlich kannst du auch alle Kommentare durchsuchen. Ach ja, und du kannst YouTube-Videos einbetten, indem du den YouTube-Link einfach in eine neue Zeile deines Kommentars schreibst. Probier es am besten mal aus und schreib etwas in eine der Themengebiete, welche dich interessieren. Wir freuen uns auf spannende Diskussionen. Und wenn du doch noch Fragen hast, weißt du ja, du findest uns im Camp. Wir freuen uns auf, dass du ja, du findest uns im Camp. Wir freuen uns auf, dass du ja, du kannst. Weißt du ja, du findest uns im Camp. Wir freuen uns auf, dass du ja, du bist, was dich interessiert. Und wenn du mal aus demawk increasingst, knackest, 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 lackest, knackest, 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 knackest und knackestиход. Und wenn du dann kommst, hinunter askinguras, wöger ich? Und wenn du ja, du dann nicht Shop eyst.